malzeit und willkommen zurück bei projekten frei und zwar seit längerem mal wieder mit ausgepackt und zwar packen wir heute was total geiles aus wo ich schon jetzt länger darauf freue wundert euch auch nicht dass ich jetzt hier irgendwo sind das jetzt hier wahrscheinlich irgendwo werbung dann stehen habe weil es ist von barry base das sage ich jetzt mal ganz öffentlich ich krieg aber dafür nichts also die wissen weder dass ich dieses video machen noch haben sie gesagt könntest du nicht oder ich spannen seitlich oder du kriegst das euch dann kostenlos machen video oder so nein ich habe das ganz normal bestellt ganz normal zahlt und es ist ganz normal geschickt worden wie gesagt die wissen gar nicht dass ich dieses video war oder dass sie wissen es aber ja wie dem hausse dieses gute stück hier ist ja nicht so groß aber wir machen das jetzt mal ganz einfach auf gut geklebt jungs gut geklebt das ist eigentlich eine lasche dran das ist jetzt gereicht die letzte lasche klemmt weil sie mit hotshots gesehen hat ich habe jetzt schon viel dort bestellt und es gab nie problem manchmal wenn ich ausgerechnet jetzt sage dass ich das von barry base habe und das alles ganz einfach ich habe jetzt schon viel dort bestellt und es gab nie problem manchmal dauert ein bisschen länger das hier habe ich zum beispiel am samstag bestellt und es ist jetzt dann am mittwoch gekommen okay oft also meistens ist es ja so man bestellt was an dem einen tag und kriegt es an dem anderen tag beziehungsweise samstag bestellt müsst ihr am montag dann draußen ist hier nicht immer so aber ich hatte noch nie probleme mit verpackung oder dass irgendwas kaputt war das sonst was auch ich hatte eine reklation die ist anstandslos gemacht worden war gar kein problem kein gemecker kein gar nichts sie ist vielleicht ein bisschen teurer wie bei amazon zum beispiel aber eben ich habe euch schon gesagt amazon seit ich damals einen shop gehabt habe weiß wie problematisch das sein kann dich gegen sowas wie amazon durchzusetzen ich bestelle am liebsten in so shops da kriegt man dann auch berries das sind so wenn man lang genug hat kann man dann auch damit was bezahlen und ja die haben auch so ziemlich alles was was mit mit maker zu tun hat also module und mikroprozessore schalterknöpfe die haben echt alles also deshalb bestelle ich dort und deshalb sage ich das auch weil ich der meinung bin wenn jemand mit so grümpelster arbeitet dann ja okay aber jetzt kommt wieder zu weit die weiß machen wir auch das gute stück was haben wir denn da alles schönes hier haben wir zum beispiel ein ein dns mini für die die mikrocontroller videos gucken deshalb habe ich die jetzt bestellt weil ich habe derzeit nur einen und der hängt eben unten an meinem stromzähler und das ist dann immer blöd egal was ich was ich videos mache ich muss erst nur stromzähler abschalten aber jetzt umgangen dann haben wir die esp 32 kennen ich habe schon erwähnt dass die unterwegs sind und jetzt sind sie da es hat aber nicht so lange gedauert ich habe nur einfach ja mal noch mit passantkosten und so arbeitet dann ja ist es ein bisschen blöd wenn man was für fünf euro bestellen muss dann sechs euro dings dazu machen wir jetzt passant dazu machen oh ich sehe gerade der hat sogar einen seht ihr das das ist ein micro sd habe ich ja das habe ich gar nicht mit kriegt dass der sowas hat komm ich werde doch hier irgendwann eine micro sd rumliegen haben das ist geil dass das kameramodul das kommt dann hier dran aufgabe rein steckt zugart der kollege eine kamera ja habe ich euch ja gesagt dass ich dazu ein video machen will und nach esp 230 ich habe jetzt schon ein paar mal gehört nicht auf der anderen seite aus aber das ist der kollege da kann man sogar eine antenne anschließen sehr cool ich habe jetzt schon ein paar mal gehört dass die esp 230 mit ota also over the air updates anders funktionieren wie die 82 66 bin ich mal gespannt wie sich das dann bewahrheit auf jeden fall da freue ich mich schon drauf die zu benutzen habe ich auch schon einige zum kopf was ich damit machen muss dann haben wir hier ein d1 mini ja ich hab dann haben wir hier ein esp 32 kennen ja ich hab zwei bestellt dann haben wir hier ja ja das braucht man dafür das ist nämlich wie ihr bei ihm hier vielleicht gesehen habt weitere sendungen verzögern sich um so acht stunden weil ich das ding mit auftritt so wie ihr da vielleicht gesehen habt er hat zwar micro sd und kamera und hier wohl auch wlan ja mit sicherheit wlan aber man kann hier nirgendwo ein usb anstecken das heißt ich gehe mal stark davon aus habe ich da ota drauf ist es egal dann kann ich es ja über das internet also über das netzwerk vielleicht aber bis man da das drauf hat braucht man hier die die messer ich weiß aber gar nicht ob es immer noch so scharf ist ja offensichtlich noch scharf genug auf jeden fall braucht man dann dafür dieses ding hier das steckt man dann ich weiß es allerdings noch nicht so genau wie rum aber ich gehe mal davon aus so rum hier drauf und hat usb das heißt jetzt können wir das ding programmieren und ich gehe mal davon aus sobald ota drauf ist brauchen wir das da unten nicht mehr und da man ja eher selten mehrere dinger gleichzeitig flasht habe ich auch zwei cam module aber eben nur eins das ding und es wird wohl auch reichen da kann man sich mal wegwerfen der pei gehört übrigens dazu dass das mutter ist mein amigo drauf wer aber meine will ich kennt der weiß dass so dann haben wir hier noch as pico lcd ja oh gott wer hat das gemacht alter schwede alter schwede also bis ich hier fertig bin habe ich abitur und erst acht minuten das passt ja also wie ihr seht ein lcd für den pay also den pay pico ne quatsch das ist natürlich hier hat folgende bewandtnis erstens ich habe es durch zufällig gesehen habe gedacht das sieht irgendwie cool aus die normalen displays die ich so verbaue finde ich jetzt gerade nicht doch hier das sind solche die sind auch zum beispiel hier in meinem autopilot aber die sind im regelfall einfarbig während das hier farbe hat und damit will ich anfangen meine emulator kenntnisse zu verbessern ich möchte mit einem aus einem pay pico ein chip 8 machen wo man dann die auf einer sd karte ein bestimmtes rom für die für den chip 8 das sind so ein wert tolles ding das müsst ihr könnt ihr mal gucken drauf macht wo man dann da rein steckt und er zeigt dann das an was dieser chip also was eben angezeigt werden sollte dafür habe ich mir das ding geholt es war auch nicht teuer und ich bin mal gespannt was es kann sieht auch irgendwie cool aus finde ich jetzt mal und ja nach chip 8 kommt dann vielleicht zx81 oder sowas ich weiß nicht auf jeden fall will ich mich hocharbeiten von sowas fliegen wie ein chip 8 der eigentlich mehr oder minder auch dafür gedacht ist das mal zu lernen wie das funktioniert über ja eben so die nächste so vielleicht eben wie gesagt zx80 dann höchstwahrscheinlich mal richtung c64 und mein großes ziel wäre ist dann irgendwann ein amiga emulieren zu können mit bare metal also ohne dass im betriebssystem läuft und so aber das führt jetzt zu weit nie weiter auf jeden fall dafür ist dieses ding gedacht damit der ein display hat und hier haben wir zwei picos mit wlan weil auch hier ich habe ich werde ja noch die videos machen so wie ich es jetzt über 82 66 gemacht habe mit wie macht man da web server drauf und sowas das kommt auch alles noch mal ein pico aber ich habe momentan hatte momentan einen pico mit wlan und der ist hier also der ist schon im einsatz das heißt ich müsste dann auch immer wieder da neu drauf flashen und ja und damit das zu blöd war habe ich gedacht bestellen wir gerade noch ein paar mit und dann kam ich auch in eine preisregion wo ich gedacht habe alles klar können wir das abschicken und jetzt ist es hier das heißt ich werde jetzt als nächstes bei ihm hier beinchen dran löten oder bei ihm hier oder bei beiden weiß ich nicht damit wir mit der stromzellersoftware weitermachen kann da habe ich auch schon was gebastelt ich glaube ich 6 grad und zwar datier ja kein esp kein gar nichts und sonst was aber er hier schickt die daten die ich von meinem stromzeller ausgelesen habe an ihn hier habe ich jetzt testweise gemacht er fliegt jetzt raus da kommt dann der d1 mini drauf und dann können wir er schickt das eben rüber und dann muss ich das nicht über den stromzeller machen dann muss ich nicht runter gehen mein ding abbauen und tralala das können wir dann hier alles schön simulieren ich habe auch schon geguckt es funktioniert einwandfrei die daten kommen so wie sie sollen ich kann mein gerätekode auf ihm hier ausixen damit der nicht irgendwie da das soll nicht so günstig sein aber ja gut okay das führt jetzt auch mal wieder zu weit nicht weiter auf jeden fall hier haben wir ein neues spielzeug wo ich mich echt sehr drauf gefreut habe das kommt jetzt zum einsatz und ja dann gibt es neue videos ansonsten wer sagt mit dem könnten wir das machen mit dem könnten wir das machen mit dem könnten wir das machen mit dem könnten wir auch noch was anderes machen ich bin ganz ober gerne kommentare ihr wisst auch da über sowas das sieht man nicht so gut wo sieht man sonderste so in etwa freue ich mich am meisten ne über kommentare freue ich mich am meisten aber über sowas freue ich mich definitiv auch und ja dann geht es dann jetzt zunächst weiter mit neuen videos über die mikrocontroller ansonsten würde ich sagen tschüss bis zum nächsten mal